ja die jahre leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge in mein kraft der gleich zusammen mit foto und markus und hier wir machen mal wieder weiter misst hier mit uns an solar panels und zwar brauche ich jetzt hat auch genauso gut zwölf stext glas nach sand haben genug bereichen ich könnte es mal mit einem interface probieren ich weiß noch ein bisschen lächer in die der kinder stadt er kann dort nur gesagt aber doch das ist mir egal export piston iron interface kabel irgendwie hatte ich komme mir das davor ist habe ich das gerade erst gemacht ist ja du hast das pfistens gemacht ich weiß ich habe jetzt gemacht habe er will 11 kann jemand weiß jemand aus wie viele bookshelf man braucht für das maximale verzauberung viele auswendig weiß ich es nicht aber ich glaube du brauchst locker 30 zwei sein bis 26 kann ich schon verzaubern also wir brauchen nicht mehr so ein fehler ja zwei rein glaube ich auch noch ein bisschen zucker nachgewachsen natürlich nicht ja ich habe irgend so nen see komplett umpflanzt mit dem zeug richter wieder beheben schon gefahren ach so einfach meinen see auch so ein bisschen weiter dann gleichzeitig ich brauche mehr wie habe ich den sex das reicht nicht so sind 3 papier so jetzt probiere ich ja das geht mit interface nicht dass so eine kacke weil da müsste ich jetzt einen kompletten cpu computerkern bauen ist mir auch zu doof das ist echt alles zucker was bei uns in der nähe wachst genial alles abgeformt schon ich hoffe das ist halt nur auf einzel heruntergefahren nein echt naja natürlich naja jetzt hätten wir sind bei dem kopf das ist ja ja er war nur das ist was ersetzt euch den sand auch mal komplett in den ofen ballern wo es abform das ist das problem da muss wieder einer form gehen er im wissen so oder so glas machen uns hat zwölf stecks ja aus setzt man den korrekt und in die wüste bringt uns auch nicht nur die oberste fläche ja und das ist auch schon mal massig sand müssen wir mal gucken wie wir das machen ich muss das halt jetzt ein bisschen im auge behalten dass er da nicht zu viel von irgendwas haben wir haben nie genug haben 768 sand und 768 davon das heißt in coldest haben wir schon fast die 768 das sind wir schon bei 410 wir brauchen aber über 6000 ja dann brauchen wir noch ein bisschen mehr wir können aus koppelstern können wir sand machen ist ja noch aus koppelstern wir haben das 70.000 79.000 inzwischen eben hau das ding fahrt das brauchen wir nie mehr ist auch für mich zu schlagen an da und lullo lullo so das heißt wir haben das jetzt brauchen wir hier solar was brauchen wir denn noch für die solar panels elektronik circuits das wird auch lustig ja gut die brauchen auch kommen was ja aber wenn du das war ironie ja ich brauche 4608 copper cable für die medium voltage der gar ich bin fast tot also wieder lange weil es für was arbeiten er hat langeweile ein bau irgendwas mag es baut eine burg weiter bauten hafen bauen weg zum hafen aus kies von mir aus wo man der hafen hinkommen soll beispielsweise immer kohle war um irgendjemand kann die baumform mal wieder auf rubber anschalten glaube ich ich glaube schon es braucht 72 stecks rubber nur so wenig ne mal sechs ich muss jetzt noch mal gucken was ich hier gerechnet 768 mal brauchen wir das das heißt wir müssen 256 x 2 512 circuits brauchen wir und pro circuit brauchen wir sechs cable 3072 3072 copper cable und pro copper und du brauchst pro kabel ein rubber wer hat die tür offen gelassen danke markus ja genau das nicht geschlagen also muss er die tür geöffnet haben die verschwanden zogen wir drinnen oder wir nehmen kippe der gerade in der mitte von unserem haus explodiert ist das ist das ist die arbeit zeit offen und ab mal so ein bisschen arbeit hat ja es kann machen sie auch von ich muss kraften du es kommt mal ich habe die tür nicht aufbessen war schon offen also in unserer nährung geben gibt es jetzt keine der brüche lauer ein zucker mehr außer unsere zucker form das habe ich alles abgefahren jetzt in der umgebung so 400 meter um unser haus rum so wie viele 123 x 123456789 3 x 9 18 27 stecks kriege ich gleichzeitig in mein inventar rein so jetzt haben wir 27 stecks copper cable so jetzt haben wir 27 stecks copper cable 27 mal 64 1000 200 hier brauchen wir bei 48 stecks ja wohl die hälfte haben wir doch schon mal so das sind jetzt 27 stecks copper cable mir ist jetzt alles leer muss ja auf das muss sein so kann mir so viel cover ja ich packe gerade noch mal ein bisschen kupfer rein hab mir nämlich noch ein bisschen was gefarmt das 27 und wie viele brauchen wir jetzt nochmal 27 weg das sind 21 das ist wirklich das brauchen wir auch nicht das brauchen wir sind 19 20 21 so jetzt gleich habe ich genug kore vor allem kore hat man ihre er weil gerade die kohle durch geht ich glaube die kohle soll jetzt inzwischen reichen 700 kohle das kann man er ist dass es die kohle noch ganz durch oder die anderen achten wenn auch noch geschreddert sind haben wir auch gleich keinen mehr schon runter auf 600 aber glas ist schon oben auf 1000 ja gut dann passt ja ich muss jetzt dann aber auch offline so langsam aber die folge hier machen wir schon noch fertig also noch drei minuten ja irgendwie sowas in dem dreh ich würde sagen ich werfe jetzt auf jeden fall noch mal die baum fahren an auf rubber wir haben wir ja passt längst war es gut 76 wenn sie gleich alles hin machen dann haben wir das bei mir kriege ich auch nicht raus scheiße gibt mir ein buch ich verarschen das bei aber noch bauen unser verzauberungs ding ist auch fertig da stehen bleibt ist was auch noch was aber wir können bis level 30 verzaubern perfekt so okay jetzt haben wir auf jeden fall genug körper cable wenn ich das jetzt richtig gecheckt habe sand müssten ja auch genug haben müssen wir die noch isolieren er markus da klafft noch ein relativ großes loch in unserer band welcher band nachher und am haus das muss ich nicht erholen fünftausend und acht und fünf ich hab's ja nicht kaputt gemacht die türkisch nicht reparieren ja ne ich glaube ich kann auch mal ein bisschen was ich glaube ich kann auch mal ein bisschen was von unserem rubberwood äh dingsen oder brauchen wir überhaupt rubberwood ja für aber ja soll ich das komplett schreddern halt quasi zu rubber ja ne ups wir viel zu viel von den dingen gemacht nein nicht die rubber saplings bloß nicht die rubber saplings schreddern ja ich habe es in den kompressor gepackt da wird wenig passieren ja der boden ist wieder gefixt ich will nur ein paar ähm dinge was zu hüben stehen katar ich weiß nicht was das waren du hast auch noch falsch gemacht alter warum ohne müsste jetzt wirklich falsch gemacht ja okay raus und dann schau nach ach so das ich weiß überhaupt was gemacht habe was er selber machen ich hab's ja nicht gemacht wie viel kaputt gemacht ist doch nicht reparieren er muss ja auch nicht sind müsste es aber ja gut leute also ja ich würde sagen das war es mit der folge dafür jetzt sagen ich brauche ein bisschen mehr kacke hier bis zum nächsten mal damit ihr euch jetzt ja dann nicht stundenlang ist la penance kraften angucken müsst weil das glaube ich dauert noch ein bisschen länger so und darum würde ich sagen sehen wir uns das nächste mal bis dahin bis zum nächsten mal 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 bis Vielen Dank.